Archivmusik ist für Komponisten und Editoren gleichermaßen interessant. Im zweiten Teil des Interviews mit den Gründern von MusicSculptor Anselm Kreuzer und Sebastian Parche geht es um Tags, wie viele Komponisten pro Album beteiligt sind, Mastering, was einen guten Track ausmacht und Lizenzmodelle. Herzlich Willkommen zu Tim Soundcast, mein Name ist Tim Heinrich. Wie war das denn das Business? Jetzt kann man nicht einfach sagen, naja, wir machen jetzt mal eine eigene Archivmusik-Library auf und es wird uns aus den Händen gerissen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das probiert haben, bei denen hat das nicht funktioniert, wo auch immer das lag. Und jetzt ist es ja nicht so, dass man einfach bei euch sagt, wir müssen kaum was machen, die Musik wird uns ja zugeschustert. Da steckt ja doch extrem viel Arbeit dahinter. Also vielleicht könnt ihr kurz sagen, was passiert da alles, was man als Komponist nicht sieht, was dann nachher mit den Produkten noch gemacht wird und wie habt ihr das geschafft, dass das jetzt mehrmals täglich im Fernsehen läuft? Denn man muss ja auch erst mal an die Cutter, Redaktionen und so weiter rankommen. Das ist zum einen natürlich das persönliche Netzwerk, was man hat, das wir erst mal benutzt haben, um uns da zu platzieren. Und ich würde mal sagen, es war erst mal ein Bauchgefühl. Wir sind ja weiter als Library-Komponisten auch aktiv gewesen vorher. Und für mich war das immer eine sichere Sache vom Bauchgefühl her. Also ich hatte da eigentlich keine Ängste, dass das nicht klappt. Und das Einzige war eben, wie Anseln auch eingangs erwähnt hat, das kannst du nur machen mit einem richtigen Partner. Das muss stimmen, du musst dich verlassen können. Und darüber bin ich sehr glücklich. Ja, und wir sind ja in der Übergangszeit so. Es wird alles immer digitaler. Damit meine ich jetzt nicht, dass die Musik digitaler wird. Die wird schon lange digital gespeichert. Aber einfach die Datenverarbeitung im Hintergrund. Und damit muss man sich eben auch auseinandersetzen, was für Anforderungen hat jeder einzelne Sender. Weil jeder Sender kocht sein Süppchen. Es gibt da nicht den einen Standard, wie man einen Track anliefert, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Und das macht auch sehr viel Spaß, Gespräche zu führen mit jedem Einzelnen. Wie braucht ihr es denn eigentlich? Welche Art von Schlagwörtern braucht ihr? Vielleicht in welcher Form angeliefert? Wie können wir das euch sozusagen so liefern, dass ihr auch wirklich damit arbeiten könnt? Und das ist eine Sache, die, glaube ich, erst so langsam durchsickert in der ganzen Branche, dass es nicht mehr damit getan ist, Standardvertriebswege zu wählen, sondern dass man sich wirklich mit den Anforderungen jedes Einzelnen auseinandersetzt und mit der Zeit geht. Jedes, ja, weiß nicht, jedes halbe Jahr ändert sich etwas in der Branche. Gerade auch durch die Tracking-Anbieter, die dann teilweise die Rollen von Suppliern auch übernehmen, die den ganzen Pool speichern und so. Und dann muss man wieder seine Metadaten umformen und gucken, was macht man, damit man da wirklich gut vertreten ist. Und das kann man entweder mit Herzblut und akribisch und mit viel Investment machen oder man kann sagen, naja, wird schon irgendwie passen. Wir hauen einfach mal raus, so wie wir es immer tun. Und das geht auch bis ins Ausland zu den Sub-Publishern. Nur weil ich bei einem Sub-Publisher vertreten bin, heißt das ja nicht, dass ich dort auch gut gelistet bin, dass der mit meinem Repertoire so umgeht, wie ich mir das vorstelle als Library. Und da muss man sich auch auseinandersetzen, Gespräche führen und überlegen, Mensch, wo hakt es bei euch? Was könnten wir für euch tun, damit die Daten wirklich so bei euch ankommen, dass ihr sie transformieren könnt und in eurer Landessprache auch wieder verfügbar machen könnt? Das ist ein ständiger Austausch und einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und da haben wir uns eben entschlossen, diesen Weg zu gehen und wirklich das alles genau zu evaluieren und mit jedem Rücksprache zu halten. Und deswegen ist uns da auch wichtig, dass wir gute Gespräche führen mit möglichen Sub-Publishern und nicht einfach sagen, wir müssen möglichst schnell überall auf der Welt irgendwie vertreten sein. Das ist nämlich total einfach, wenn man einen guten Pool hat und den haben wir jetzt, dann findet man immer auch einen halbwegs passenden Sub-Publisher. Nur was macht der am Ende? Und zwar auch eine Entscheidung, jetzt nicht den einen Weltvertrieb zu suchen, sondern eben die Gespräche zu führen mit den Sub-Publishern, weil man daraus eben auch sehr viel lernt. Ja, man lernt auch wieder viel für sein eigenes Land. Dann sagt einem jemand so ganz nebenbei, ja, warum habt ihr denn eigentlich hier und da nicht die und die Angabe? Das wäre für uns total praktisch. Dann überlegen wir, macht das vielleicht für uns auch Sinn oder nicht? Und so kriegt man Input von sehr vielen Leuten und kann sich immer weiter verfeinern und das wieder mit den eigenen Kunden rausfinden, ob das passt oder nicht. Aber das Wichtigste bleibt immer, dass wir eine schlichte und moderne und gute Website haben wollen, die überhaupt nicht überladen ist mit vielen Knöpfen und vielen Optionen, sondern ganz direkt gibt ein kleines Intro. Man landet bei den Alben, kann sofort draufklicken oder in die Schlagwort-Suche gehen. Und das ist eigentlich das Grundprinzip. Und wir merken, dass vor allem die jüngeren Nutzer das sehr zu schätzen wissen. Die kommen nämlich sofort damit klar. Ja, also ich war jetzt gestern auch drauf. Und da muss man auch erstmal einen Programmierer für finden, weil ja auch unten dieser, neben dem Playbutton haben wir dann ja auch die Wellenformdarstellung, die ich eigentlich auch mal ganz gut finde, weil ich dann sofort sehe, okay, wo geht's ab? Wie lange ist das Intro? Ja, wie habt ihr da jemanden gefunden? Wir haben eine Agentur, die im Wesentlichen ansonsten die Telekom betreut und hatten das Gefühl, dass die einfach sehr, sehr, sehr professionelle Arbeit machen haben, aber einen langen Suchweg hinter uns. Also das ist nicht einfach gewesen. Und da zeigt sich doch dann am Ende, wer professionell arbeitet. Und das ist wichtiger, als dass jemand genau das schon gemacht hätte, was wir machen. Aber dass der einfach auf sehr hohem Niveau kundenorientiert arbeitet, mit Feedbacks umgehen kann, es steckt natürlich sehr viel Vision von uns einfach drin. Also das kann jetzt, hat jetzt niemand für uns einfach so programmiert, hingelegt. Und wir haben gesagt, jo, das ist es, nehmen wir. Sondern da gab es viele Revisionen und viele Gespräche. Und da braucht man eben eine Agentur, die das mitmacht. Und es ist nicht billig. Und es muss natürlich auch eine Agentur sein, die die unterschiedlichen Disziplinen, die man heute auch braucht, auch bedienen kann. Also das kann eigentlich ein kleines, schlankes Team gar nicht mit zwei, drei, vier, fünf Personen umsetzen. Also du musst, der Player braucht wieder eine eigene Technik, die Suchmaschine ist wieder eine andere Technik. Das auf einem guten Niveau, da brauchst du schon eine ziemlich große Agentur. Und das ohne Basis von WordPress oder irgendeiner anderen Plattform, sondern das ist alles custom made. Das macht es natürlich entsprechend teuer. Aber das war uns wichtig, dass wir unser eigenes System haben. Und was man auch so an der Website ja erst mal gar nicht sieht und nicht sehen muss, ist, dass ganz viel Technik im Hintergrund passiert. Also Metadatentransformierung, dass wir automatische Routinen haben, die bestimmte Formate ausgeben, inklusive der Metadatenvertagung für bestimmte Sender usw. Weil wir da sehr stark auf IT setzen und weniger auf händische Arbeit. Trotzdem müssen wir sehr viel händische Arbeit noch immer machen. Aber alles, was outsourcebar ist auf technischem Wege, versuchen wir auch da hinzugeben. Ich glaube allein auch, dass die Vergabe von den Schlagworten, das müsst ihr machen, das können ja eigentlich nicht die Komponisten machen. Das muss ja glaube ich auch alles aus ein, zwei Gehirnen kommen, damit das einheitlich ist. Da gehen ja doch auch mal ein paar Zugfahrten drauf, wenn man jetzt ein ganzes Album hat. Und da sagt, okay, das muss man ja nicht. Ich weiß nicht, wie viele Tracks habt ihr auf einem Album drauf? 20 ist die Sollzahl in der Regel so 20, 21, 22, 23. Wie viele Tags ungefähr pro Titel? 150 in einer Sprache, Deutsch und Englisch, dann macht das 300 im Hintergrund. Das sieht man nicht alles jetzt auf der Website. Auf der Website ist das sozusagen ausgedünnt auf das, was man... Pro Titel? Pro Titel, ja, ja. Also pro Titel 100 in einer Sprache, hast du gesagt? 150, so, ja. Ja, so, dann rechnen wir es mal hoch. Das heißt, wir kämen, wenn man sich jetzt jeden Titel anhört, sagen 20, kämen wir auf 6.000. Genau, das heißt natürlich jetzt nicht, dass man bei jedem Titel komplett neu rangeht. Also wenn man ja ein thematisches Album hat, dann kann man ja schon sagen, es gibt bestimmte Begriffe, die für jeden Titel oder für die meisten der Titel zutreffen. Die kann man da auch erstmal reinsetzen. Und dann wird das weiter verfeinert auf die individuellen Merkmale des Titels. Aber wenn wir jetzt ein Album wie Extreme Sports haben, dann wird das Schlagwort Sport und Extremsport und so, das wird natürlich überall drin sein. Muss man dann nicht jedes Mal neu. Also insofern wird das dann ein bisschen geringer, aber es bleibt Arbeit. Und das in zwei Sprachen ist schon eine Menge Holz. Und bei 150 Begriffen soll es natürlich trotzdem nicht beliebig sein. Also das soll zu sinnvollen Ergebnissen führen. Und das ist schon eine Herausforderung. Da haben wir auch unser eigenes System. Das kann man jetzt nicht genau beschreiben mit der Priorisierung. Das sind ja jetzt nicht einfach so Schlagwörter aneinandergekettet. Und jedes trifft dann irgendwie, sondern es soll ja schon irgendwie gerankt werden, was ist wichtiger und was weniger. Also das kommt dann auch nochmal dazu. Was ja auch gut bei euch ist, es gibt einige Alben, da sitzen mehrere Komponisten dran, wo ich dann sage, na gut, jetzt habe ich hier ein Thema Science oder sowas und sage, Mensch, das eine, das klingt mir ein bisschen zu natürlich, das soll elektronischer klingen. Dann habt ihr wiederum Alben, die sind von allen und denselben Komponisten oder denselben Team, dass ich vielleicht sage, okay, ich finde den Komponisten super, aber das Stück ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu ruhig. Ich möchte was im selben Style haben. Ich gehe einfach zwei Tracks weiter und das ist es dann. Glaube, ich hatte jetzt auch nicht jede Library. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein, dass ich bei dem einen sage, ich habe verschiedene Komponisten und bei dem anderen ist es bewusst ganz gut, dass ich sage, ich habe einen Style und dann einen Komponisten. Und kann ja zum Beispiel gut sein, dass ich sage, ich habe jetzt eine Doku oder Spielfilm und brauche jetzt eben verschiedene Stücke und kann die von demselben Komponisten auswählen, dann klingt es immer noch wie aus einem Guss. Und wenn ich jetzt aber ein Album habe und die haben zwar alle das selbe Thema, aber können ja gar nicht immer alle ähnlich klingen. Also habe ich da wahrscheinlich auch dadurch einen großen Vorteil dann. Ja, es kommt tatsächlich auf den Einsatzbereich an, wie du sagst. Also bei Dokus ist der Bedarf da, dass man mehrere Tracks hat, die irgendwie eine Handschrift tragen, die zusammenpassen. Man kann ja dann auch mit den Reduced-Versionen arbeiten, die wir immer anbieten, ist ganz wichtig. Also jeder Titel braucht mindestens eine reduzierte Fassung, die noch besser mit O-Ton und Dialog matcht. Aber das ist in dem Bereich dann oft ausschlaggebend. In dem täglichen Berichterstattungsbereich ist das überhaupt nicht wichtig, sondern da braucht man im Zweifelsfall den einen Track, der das ausdrückt, was man da gerade in, sage ich mal, einer halben Minute bis fünf Minuten ausdrückt oder vielleicht zwei, drei Tracks. Und auf eine Handschrift kommt es nicht an, sondern auf thematische Vielfalt. Wir wollen das beides anbieten. Je nach Album-Thema entscheiden wir uns für die eine oder andere Variante. Und das geht auch ein bisschen mit dem Fluss. Also wenn ein Komponist einfach ein tolles Album anbietet, wir haben das Gefühl, Mensch, das ist so stimmig. Vielleicht noch ein paar Kommentare, da wird ein bisschen was überarbeitet. Das können wir so machen. Warum sollten wir dann noch ein Briefing rausgeben für dieses Thema? Das macht dann keinen Sinn mehr. Aber wenn wir das Gefühl haben, das ist ein Thema, was einfach von Vielfalt lebt und da bietet jemand ein Album an, wo alle Tracks gleich klingen, dann können wir nicht sagen, das machen wir. Also dann müssen wir da ins Detail gehen, können vielleicht manche Tracks davon nehmen und müssen die mit anderen kombinieren und dann wird das einfach für den Kunden attraktiver. Verschiedene Versionen. Also gibt es jetzt diese zwei? Was muss der Komponist abliefern beziehungsweise auf welche Version hat der Cutter oder Editor Zugriff? Der Cutter hat generell auf alles Zugriff. Also wir haben Reduced Varianten, manchmal wirklich Alternativvarianten, wo das Stück vielleicht umgestellt ist, wo es wirklich ganz andere Anmutungen hat. Manchmal haben wir auch Stings noch 15 und 30 Sekunden haben wir in der Regel und darauf hat der Kunde Zugriff. Also das sind auch die Herausforderungen oder Vorgaben an die Komponisten. Du machst eine Hauptversion, was muss die für eine Mindestlänge haben? Ja, wir haben so in der Regel 1,30 bis 2,30 sind die Stücke lang und eben eine Reduced Version und ein 15er und ein 30er sind Pflicht. Aber die Kollegen wissen natürlich, dass sinnvolle Reduced Varianten, 2, 3, 4 davon, natürlich sehr, sehr nützlich sind für die Cutter. Was macht ihr dafür, dass die alle gleich klingen? Also ich war jetzt bei vielen Tracks drauf und ich habe zum Glück nirgendwo einen Schock bekommen, wo ein Track sehr leise ist, ich drehe dann hoch über den nächsten Track an und boah, wird weggeballert. Sondern das klang ja wirklich wie eine Einheit. Geht das nochmal? Irgendwie über einen Test, über Mastering? Das Zauberwort heißt Mastering. Okay. Ein gutes, menschengemachtes Mastering ist unserer Meinung nach unverzichtbar. Das kann keinen Algorithmus ersetzen und auch Komponisten bestimmte Spezifika an die Hand zu geben, das funktioniert einigermaßen von der Lautheit her, aber so in den feinen Details funktioniert es dann schon nicht mehr. Deswegen, jeder Track wird professionell gemastert. Das geben wir auch aus der Hand. Das wollen wir nicht selbst machen. Wir haben genug zu tun und wollen da auch eine Objektivierung reinbringen, dass wir dann nochmal zu dem Mastering-Feedback geben können, insbesondere bei den Einzelalben, dann auch mit den Komponisten zusammen. Die müssen auch happy sein mit dem, was da rauskommt. Und dass man wirklich aus jedem Track das Beste rausholt und das auf ein Level bringt, sodass der Kunde weiß, es wird ihn kein Schock ereilen. Ja, vor allem für den Kunden ist auch wieder der Vorteil, es klingt wirklich alles wie aus einem Guss und nicht, er nimmt sich ein Track und der andere, der klingt irgendwie dünner oder der andere klingt total breit vom Stereo-Feld und der andere fast nach Mono. Welche technischen Vorgaben hat dann der Komponist? Kriegt der überhaupt irgendwelche technischen Vorgaben, die er einhalten muss? Ach, das sind die allgemeinen Vorgaben. Da gibt es jetzt nichts Spezielles, aber für den Mastering-Engineer ist es dann doch eine Herausforderung, sozusagen bei den Compilations, das in eine Form zu bringen. Und wir sind immer wieder erstaunt, wie gut das funktioniert. Wir hören ja sozusagen die Rohfassung oder die unbearbeitete Fassung und wie das dann alles ein Guss wird, das ist jedes Mal faszinierend. Ja, und die Hauptvorgabe für den Komponisten ist, dass er wirklich ohne Summenbearbeitung die Tracks abgibt, also wirklich ohne eigenes Mastering. Das ist für manche gewöhnungsbedürftig, weil die dann auch Angst haben, was wird denn dann aus meinem Track? Ich möchte das doch unter Kontrolle haben. Aber die erste Erfahrung zeigt dann in der Regel, ja, das ist gut und wir zwingen ja auch nichts auf. Wenn jetzt jemand total unhappy wäre mit irgendetwas, dann würden wir das auch nochmal ändern lassen oder da einen Weg finden. Aber das funktioniert in der Regel sehr gut. Nur das sollte eben auch eingehalten werden, damit der Mastering-Engineer da auch gute Chancen hat, etwas zu tun. Denn wenn jemand das schon alles fett komprimiert hat, dann ist Schluss. Dann kann man noch so leichte Feinkorrekturen vornehmen, aber das war es dann auch schon. Das sollte ja eigentlich nach dem Mastering auch gar nicht komplett anders klingen. Nee, nur wo notwendig. Also wenn man einfach noch was rausholen kann, das kann frischer klingen obenrum, das kann irgendwie ein bisschen prägnanter im Bassbereich oder zu viel Subbass drin oder wie auch immer. Und das wird dann eben vereinheitlichend gemacht, sodass ein Album auch wie aus einem Guss klingt, obwohl unterschiedliche Komponisten vertreten sind. Ja, also qualitativ soll es alles auf einem Level sein und dann inhaltlich gibt es dann die Unterschiede. Also das, genau. Ich habe auch einige Tracks gehört, wo doch sehr viele akustische Instrumente involviert waren, wo ich auch gehört habe, okay, die kommen jetzt nicht aus dem Rechner. Auch, ich glaube, sogar ein ganzes Orchester oder so was. Wie ist das denn für den Komponisten? Ich meine, da müssen ja Leute bezahlt werden und ich glaube, die Komponisten kriegen erst dann Geld, wenn deren Track ja nicht aufgenommen wird, sondern wenn er benutzt wird. Gehen dann die Komponisten wirklich in Vorleistung oder kriegen die doch irgendwie einen Vorschuss? Das ist unterschiedlich. Also manchmal braucht es einfach ein echtes Instrument, was wir bezahlen oder ein Ensemble bis hin zum Orchester. Das geben wir dann schon aus. Da investieren wir, wenn wir der Meinung sind, das Projekt ist es wert. Aber natürlich ist bei der hohen Anzahl von Tracks das nicht in jedem einzelnen Fall möglich, sondern die Leute bieten ja oft das an, was sie ohne jetzt übermäßigen Aufwand auch selbst machen können. Also wenn jemand Gitarrist ist, dann kommt die echte Gitarre irgendwie von selbst mit und muss nicht extra ausgegeben werden. Und wenn Leute mit Kollegen zusammenarbeiten, ist es auch sehr stark Usus geworden, dass man sich zusammentut und die Autorenschaft nachher teilt und sagt, wir tun uns zusammen, machen diesen Track, verdienen nachher alle da dran und haben das auch in relativ kurzer Zeit auf diesem Wege gut hinbekommen, weil wir einfach ein eingespieltes Team sind, dann kommen die Tracks eben so angeliefert. Aber in jedem Einzelfall ein bisschen unterschiedlich. Gibt es irgendwelche Trends, die man jetzt sehen kann, dass man sagt, ja, also jetzt sind gerade die und die Genres gerade so total gefragt oder diese Musikstyles, sodass man sagt, also für Dokus in dem und dem Genre ist gerade die Nachfrage ganz groß? Also ich persönlich bin schon ein Fan von handgemachter Musik, weil sie eben auch die Zeit überdauert. Also da bist du nicht an der Qualität von Sample-Instrumenten gebunden und mag sie noch so, die Libraries noch so toll sein, aber handgemachte Musik, da ist immer irgendwie so ein Spirit drin. Das bin ich eine sehr große Fan von. Und dieser Less-is-more-Approach, reduzierte Musik, die auf den Punkt ist und nicht langweilig wird, obwohl sie nicht zu viel irgendwie an Dichte hat. Wir hatten vor 20 oder auch noch 15 Jahren so eine Zeit, wo ich ziemlich angenervt war von dem, was im Fernsehen so lief, auch im Bereich der Auftragskomposition so relativ normale kleine Szenen, immer mit fetter, nach alter Hollywood klingender Musik vertont. Und dann dachte ich, das macht die Bilder doch so klein, das ist gar nicht angemessen. Und das hat sich wirklich verändert über die letzten, sage ich mal, zehn Jahre, dass inzwischen ein hohes Bewusstsein da ist, dass weniger mehr ist. Dieses Wenige muss aber genau sitzen. In jedem einzelnen Ton steckt Gefühl drin. Wie Sebastian sagt, dann kommt es eben auch mehr auf die Echtheit an. Denn früher war das so, Usos, dann irgendeine Sample-Gitarre zu nehmen und dann noch mit ordentlich drumherum zu kaschieren, damit man sie gar nicht mehr hört. Und dann hat man eine große Klangsoße, wo gar nicht mehr auffällt, was echt ist und was nicht. Hauptsache viel. Da sind wir total von runter. Und im Library-Bereich ist das noch wichtiger, weil die Leute ja die Musik mit einem Zweck einsetzen. Die soll was ausdrücken und die soll nichts kaputt machen. Und die soll auch nicht irgendwie den Beitrag in die Ecke drängen durch Klangmasse. Und da kommt es dann eben drauf an. Und das ist eine hohe Kunst, so zu komponieren und auch zu produzieren, dass ein Track spannend bleibt, obwohl man jetzt nicht auf Dichte setzt. Es ist total einfach, klein anzufangen und hinten groß rauszukommen, dass es dann alles ganz fett wird. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir in der Regel wollen. Ausnahmen bestätigen immer die Regel, je nach Thema. Aber im Detail spannend bleiben durch Modulationen, durch Spielweisen, durch irgendwie Raffinesse, durch Ideen. Auch das Level an Dichte. Also manchmal brauchst du wirklich sehr filigrane Sachen, kaum spürbar, vielleicht nur ein leichter Puls oder so was. Und das wäre eben schön, wenn du von diesem Musikstück noch eine Fassung hättest, wo es ein bisschen mehr Dichte hat, wo es noch ein bisschen mehr zur Sache geht, aber eben nicht durch Klangmasse. Wir legen auch Wert darauf, dass zum Beispiel Stops in den Titeln sind, dass man nach einer gewissen Zeit, wo ein neuer Formteil, wenn es ihn überhaupt gibt, offensichtlich ist ja gar nicht notwendig, aber wenn es ihn gibt, dass man den auch separieren kann, dass der Cutter vorher rauskommt aus dem Track und da auch wieder ansetzen kann und neu wieder reingehen, dass das einen Mehrwert darstellt für die Nutzung der Musik. Ja, da merkt man natürlich dann auch die Erfahrung, die ihr habt, dass ihr wisst, was eigentlich gefragt wird, damit die Cutter, die nachher damit auch arbeiten können, möglichst schnell zu ihrem Ergebnis kommen und sagen, ich kann den Track benutzen und nicht verdammt, ist eigentlich ein guter Track, aber ich kann ihn leider nicht benutzen, weil ein, zwei Sachen da nicht stimmen. Das gibt es natürlich manchmal, dass irgendein Element drin ist, was stört. Ich meine, wir versuchen, das ein bisschen aufzufangen durch die Reduced-Versionen, wo dann bestimmte Sachen rausgelassen sind. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ein Cutter dann vielleicht auch nur für die Stelle etwas findet, wo das Element weg ist. Aber es ist nie ausgeschlossen, dass es dabei bleibt. Aber da sind wir ja auch kooperativ. Der kann uns auch kontaktieren und wir haben einen guten Draht zu den Komponisten. Vielleicht kriegen wir es dann noch hin, die Version zu liefern. Wenn das natürlich in zehn Minuten sein muss, ist verloren. Aber so ist das Leben. Aber gut, das ist natürlich auch wirklich eine gute Möglichkeit, wenn ich sage, ich habe jetzt noch ganz bestimmten Wunsch, ich fände es toll, wenn das Stück nochmal in einer anderen Ton hat modelliert oder sowas oder ich ein anderes Ending habe. Das heißt, dann könnte eventuell der Komponist nochmal kontaktiert werden, sodass noch eine spezielle Version angefertigt wird. Das geht, das setzt natürlich Zeit voraus. Also wenn man eine gewisse Sicherheit hat, dass dieses Projekt dann auch so umgesetzt wird, eine vernünftige Zeit für den Komponisten, das umzusetzen, weil wir wollen ungern den Komponisten einfach mal auf Verdacht arbeiten lassen. Und nachher heißt es, ach nee, war nett, haben wir jetzt mal angehört, aber ist doch nicht so, das haben wir uns für was anderes entschieden. Das versuchen wir dann schon ein bisschen rauszufinden, ob sich das lohnt oder nicht. Aber ich finde, oder ich fand am Anfang ziemlich spannend, als ich in die Library Music eingestiegen bin, als Komponist, zu sehen, dass die, also wenn man sich die Einsätze anguckt, diese dramaturgische Entwicklung von den Stücken ist nicht nötig. Die Cutter verwenden dann einfach einen neuen Track. Das ist auch so ein Stilelement. Wenn das nicht mehr passt und ich brauche jetzt irgendwie einen Aufbau, sind die schon in einem anderen Titel. Deswegen, das ist eigentlich nicht erforderlich und dass diese Stücke eine dramaturgische Wendung haben. Das ist eher in Dichte denken als eben noch eine Modulation. Das ist nicht erforderlich eigentlich. Immer konsequent bei einer Grundstimmung bleiben. Die darf sich auffächern, die darf mal intensiver werden, aber jetzt ein Stück, was von fröhlich nach traurig wechselt und irgendwann wieder nach fröhlich. Warum sollte das genau an der Stelle passen, wo jemand das im Beitrag einsetzt? Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Das ärgert dann eigentlich nur, weil in, sage ich mal, einfach 99% der Fälle die Leute dann sagen, hä, das Stück war so gut und jetzt wird das plötzlich traurig, scheiße, ich muss raus da. Ja, ich glaube, dann ärgert sich der Cutter und hat einfach mehr Aufwand, den er einfach nicht gebrauchen kann. Genau. Ja. Also das ist dann einfach auch für den Kunden ganz sicher, ganz wichtig, dass er sicher weiß, dass ihm sowas nicht passiert bei uns, sondern die Stimmung wird eingehalten und er kann die so lange benutzen, wie er die eben auch braucht. Sonst geht er in einen neuen Track, aber diese Stops, die da drin sind, helfen ihm dann auch mal einen Ausstiegspunkt zu finden. Das macht das Leben ein bisschen leichter. Wie sieht es denn aus mit den Lizenzmodellen? Zahl ich da nur eine Gebühr? Es gibt einige Anbieter, die haben eine Gebühr, andere sagen, du kannst auswählen zwischen fünf verschiedenen, abhängig von der Nutzung. Wie sieht das bei euch aus? Das ist abhängig von der Nutzungsart, also ist das für verschiedene Länder, ist das nur für ein Land, sind das verschiedene Medien oder ist das nur ein Medium? Also wenn jetzt jemand nur Social Media machen möchte, ist das günstiger, als wenn er Social Media, Fernsehwerbung, Radiowerbung und das auch noch international machen möchte. Das muss schon abgestuft sein und wir wollen jetzt auch nicht mit Billigst-Lizenzen hier den Markt kaputt machen. Das ist nicht so schön, denn es steckt einfach viel Arbeit in den Tracks drin und eine gewisse Wertigkeit hat einfach ihren Preis und das kriegt man nicht anders eingefangen, als dass man das eben gut aufteilt. Denn es ist ja klar, dass jemand, der einen kleinen Social Media Spot macht, nicht so viel bezahlen kann, wie jemand, der den internationalen Werbespot für ein großes Automobil macht. Ja. Sind die Preise dann gleich oder ist es dann so, dass da eine Track von einem Komponisten im Vergleich zum anderen Komponisten, obwohl es derselbe Einsatz ist? Immer einheitlich. Immer einheitlich. Das ist das Library-Konzept, das ist aber, das zeichnet nicht uns aus, sondern das zeichnet die Branche aus, das weiß man einfach. Das ist der Vorteil von Production Music, man hat Preissicherheit über alle Tracks hinweg. Da gibt es keine Ausnahmen. Wie kriegen die Komponisten denn eine Abrechnung? Die kriegen von uns eine Lizenz-Abrechnung. Und das ist passiert, also alle halbe Jahre machen wir die Abrechnung. Ich wollte gerade nachfragen. Genau. Also der Komponist weiß, was er weltweit verdient hat, sieht er eben alle halbe Jahre. Wie kann ich denn bei euch bezahlen, wenn ich einen Track kaufe? Kreditkarte, Abrechnung, Paypal? Da stellen wir eine Rechnung aus. Also wir stellen dann die Lizenz gegen Rechnung aus und dann heißt es, mit Eingang des Geldbetrages gilt die Lizenz als erteilt. Und die Bedingungen stehen in der Rechnung drin. Damit ist ganz klar festgelegt, was damit gemacht werden darf. Wenn das jetzt eben eine sehr eingeschränkte Nutzung ist, weil nicht wegen nur für Social Media, dann steht das da eben auch drin. Und wenn der Spot dann plötzlich im Fernsehen auftauchen würde, würde man sagen, okay, das ist noch nicht mitlizenziert, das muss jetzt nachlizenziert werden. Das heißt, bei Kauf kann ich den Track technisch natürlich sofort nutzen, lizenzrechtlich, erst dann, wenn ich den auch bezahlt habe. Genau. Genau. So läuft das. Okay. Das ist Usus in der Branche. Wenn etwas bezahlt ist, dann gilt auch das Recht als übertragen in dem Umfang wie vereinbart und nicht vorher. Das ist genauso, wie wenn wir zum Orchester gehen, eine Aufnahme machen. Die Rechte an der Aufnahme haben wir erst, wenn wir bezahlt haben. Ja. Anders als beim Essen, ne? Ja. Ja, das Essen ist dann schon drin. Das wieder rauszuholen ist. Aber da muss man dann eben Teller waschen. Ja, stimmt, ja. Geht auch. Der Teller war noch nicht in der Nutzung drin, nur die Pizza. Genau. Apropos digital, finde ich gerade total geil. Wir kriegen eine Antwort mit bestem Dank für unsere physische Bemusterung, nur dass sich der Ansprechpartner geändert hat, dass wir bitte jemand anders in Zukunft bemustern sollen, aber sie freuen sich sehr über diese Bemusterung. Gerade, also von gestern, ist ja gerade eben gekommen. Ist ja schön. Wie habt ihr das denn physisch gemacht? Hier, da. Das machen wir ja auch noch. Also das machen kaum noch Leute, aber wir machen im Moment noch von jedem Album. Ah. Ihr macht also echt noch richtige CDs. Ja. Ja. Das ist auch noch, weil es gibt halt diese Altersgruppe auch noch, die das haben und es ist auch ein schönes Hallo, hier ist wieder was Neues. Das ist ja mal wirklich ein Outstanding. Wie werden die dann verschickt auf Anfrage oder wenn ihr... Wir haben unseren Verteiler so aus unseren Kontaktnetzwerken und die werden bemustert und wenn die das nicht mehr wollen, schicken die uns eine E-Mail bitte nicht mehr oder es kommt eben wie gerade vielen Dank nur bitte in Zukunft an die und die Person, weil die, an die sie es geschickt haben, ist gerade weg. Master by Andreas Kolinzic habe ich gerade gesehen. Zum Beispiel einer von den... Okay, einer. Einer von den beiden, die wir so im Moment hauptsächlich am Start haben. Wer ist der andere? Das ist Christoph Stickel. Der ist in Wien. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt und... Vielen Dank, dass du hier warst. Für den Einblick ins Business. Ja, vielen Dank, Tim. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über fünf Sterne auf iTunes. Schickt mir einen Kommentar, auch gerne über die E-Mail-Adresse und abonniere den Newsletter, um keine weitere Folge zu verpassen und noch weitere Informationen zu erhalten. Die Links findest du in den Shownotes.